Eine Befragung von 15.000 Frauen hat ergeben, die weltweit schlechtesten Liebhaber sind die Deutschen. Erstaunlicherweise fand man zu dieser Studie 15.000 Frauen, die deutsche Liebhaber hatten. Viele sagen, egal, als Stecher wäre nicht super. Die meisten haben es erst durch diese Studie erfahren, vorher nicht, weil sie kein Philippinisch verstehen. Eines muss man den Deutschen lassen. Sie lassen hinterher auch mit sich darüber reden. Auf Platz 2 sind die Engländer, und zwar weil sie faul sind. Deshalb der zweite Platz. Wenn sie weniger faul wären, kämen sie auf Platz 1. Morgen geht's weiter.